Charlotte Linlin hat die größte biologische Familie in One Piece. Sie ist die Mutter von insgesamt 85 Kindern und durch ihre gewaltige Familie wurde Charlotte Linlin sehr wahrscheinlich als Big Mom bekannt. Die Charlotte-Familie gehörte im Whole Cake Island Arc zu den zentralen Antagonisten, doch wer gehört eigentlich alles zu Linlins Kindern? In diesem Video möchte ich dir gerne alle 85 Kinder von Linlin vorstellen und dir ihre Rollen sowie ihre besonderen Fähigkeiten präsentieren. Doch bevor wir mit dem Video starten, wie immer die Bitte, wenn dir das Video gefällt, dann lass doch bitte einen Daumen nach oben da und abonnier diesen Kanal für wöchentlich neue One Piece Videos. Wie bereits erwähnt ist Charlotte Linlin das Familienoberhaupt und sie ist eine von vier Kaisern in der neuen Welt. Sie herrscht über Totoland, einer Gruppierung von Inseln, welche von den verschiedensten Spezien belebt werden. Ihr Kopfgeld beträgt 4 Milliarden und 388 Millionen Berry und sie hat die Seelenfrucht verzehrt. Mit dieser Paramezia Teufelsrucht kann Big Mom anderen Menschen ihre Lebensenergie entziehen und diese dann in nicht lebende Objekte einführen, um sie so zum Leben zu erwecken. Sie ist die Kapitänin der Big Mom Piratenbande, einer der einflussreichsten Piratenbanden in One Piece. Kommen wir aber nun zu ihren Kindern. Beginnen wir mit dem ersten Sohn der Familie, dabei handelt es sich um Charlotte Perospero. Er ist der Süßigkeitenminister von Totoland und der Bürgermeister von Candy Island. Mit 50 Jahren ist Perospero das älteste Kind der Familie und er hat die Pero-Peronomie verzehrt. Durch diese Teufelsrucht kann er Candy erzeugen und formen, außerdem hat Perospero ein Kopfgeld von 700 Millionen Berry. Die erste Tochter der Charlotte Familie trägt den Namen Kompott und sie ist 49 Jahre alt und ähnelt ihrer Mutter optisch sehr. Sie ist außerdem die Fruchtministerin von Totoland, aktuell ist noch nicht bekannt, ob sie eine Teufelsfrucht verzehrt hat, aber sehr wahrscheinlich wird dies nicht der Fall sein, da sie im Whole Cake Island Arc eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Als nächstes haben wir die ersten Drillinge der Familie, dabei handelt es sich um die Söhne Charlotte Katakuri, Charlotte Daifuku und Charlotte Oven. Die drei sind 48 Jahre alt und während des Whole Cake Island Arcs waren sie mächtige Gegner, die sich der Strohutbande in den Weg gestellt haben. Charlotte Katakuri ist einer von drei Suite-Kommandanten in der Big Mom Piratenbande, er hat außerdem die Mochi Mochi No Mi verzehrt. Dabei handelt es sich um eine Special Paramezia Teufelsfrucht, die es dem Nutzer erlaubt Mochi zu produzieren, zu kontrollieren und sich sogar in Mochi zu verwandeln. Außerdem ist Katakuri der Minister des Mails in Totoland. Mit einem Kopfgeld von einer Milliarde und 57 Millionen Barry hatte er für knapp 40 Kapitel das höchste bekannte Kopfgeld in One Piece. Charlotte Daifuku ist der Minister der Bohnen in Totoland, er hat die Hoja Hoja No Mi verzehrt. Diese Paramezia Teufelsfrucht erlaubt es ihm einen Genie zu beschwören, welcher dann für Daifuku angreifen kann. Im Whole Cake Island Arc hat Daifuku kurz gegen Sanji gekämpft und Charlotte Oven hingegen hat lediglich einen Tritt von Sanji kassiert. Oven ist der Minister der aufgewärmten Mahlzeiten in Totoland und Oven hat die Netsu Netsu No Mi verzehrt. Mit dieser Paramezia Teufelsfrucht kann er seinen eigenen Körper erhitzen und diese Hitze dann übertragen. Oven und Daifuku haben beide jeweils ein Kopfgeld von 300 Millionen Barry. Als nächstes haben wir die ersten von zwei Vierlingen in der Familie, dabei handelt es sich um Charlotte Monday, Amanda, Haché und Effilé. Sie sind alle Mitglieder des Schlangenhalsstamms und unter diesen vier Schwestern ist lediglich Amanda aktiv in die Handlung integriert worden. Sie ist die Ministerin der Nüsse auf Totoland und sie wurde zu Beginn des Whole Cake Island Arcs gezeigt, als die Zutaten für Big Moms Torte gesammelt wurden. Außerdem hat sie sich der Strohhutbande während der Tea Party in den Weg gestellt. Als nächstes folgen die einzigen Fünflinge der Familie und dabei handelt es sich um Charlotte Opera, Counter, Gadenza, Gaboulette und Gala. Auch hier hatte wieder nur ein Mitglied der Fünflinge eine wichtige Rolle in der Handlung und dabei handelt es sich um Opera. Opera ist der Minister der geschlagenen Creme von Totoland und er hat die Curi Curi No Mi verzehrt. Dabei handelt es sich um eine Paramezia Teufelsfrucht, die es ihm ermöglicht Creme zu erzeugen. Opera war damit beauftragt Ruffy und Nami zu bewachen und zu ermorden, jedoch wurde er von Jinbei besiegt und die Flucht von Ruffy und Co. hat Opera verschwiegen, um nicht von Big Mom getötet zu werden. Als nächstes haben wir die zweiten Drillinge der Familie und dabei handelt es sich um Charlotte Cracker, Custard und Angel. Hierbei handelt es sich um die ersten nicht gleichgeschlechtigen Drillinge der Familie und Charlotte Cracker hatte auch hier als einziger eine prominente Rolle im Arc gehabt. Cracker ist einer der drei Sweet-Kommandanten der Big Mom Piratenbande und er hat die Bisu Bisu No Mi verzehrt. Diese Paramezia Teufelsfrucht erlaubt es ihm Kekse zu produzieren, zu formen und zu kontrollieren. Außerdem ist er der Minister der Kekse in Totoland und verfügt über ein Kopfgeld von 860 Millionen Berry. Seine Schwestern Custard und Angel hatten eher eine untergeordnete Rolle im Whole Kick Island Arc. Als nächstes haben wir den elften Sohn der Familie Charlotte Zucotto und er ist der Minister des Alkohols in Totoland und der Bürgermeister von Likör Island. Danach folgen die Zwillinge Charlotte Brüle und Broye. Brüle hatte aufgrund von ihrer Teufelsfrucht eine sehr zentrale Rolle im Whole Kick Island Arc. Sie hat die Mira Mira No Mi verzehrt und mit dieser Paramezia Teufelsfrucht kann sie Charaktere in Spiegel einsperren, durch Spiegel reisen und in eine Spiegelwelt eintauchen. Ihre Spiegelwelt war außerdem der Ort für den Kampf zwischen Ruffy und Katakuri. Sie ist außerdem die Lieblingsschwester von ihrem Bruder Katakuri. Die Narbe in ihrem Gesicht stammt nämlich von einem Konflikt, den Katakuri mit einigen anderen Kindern hatte und damit sich diese Kinder eben an Katakuri rächen, haben sie Brüle eine Wunde zugefügt. Dieses Ereignis hat die beiden auf jeden Fall zusammengeschweißt, denn ab dem Punkt hat Katakuri aufgehört seinen Mund in der Öffentlichkeit zu zeigen. Brouillet sieht im Gegensatz zu ihrer Zwillingsschwester aus wie eine klassische Märchenprinzessin, sie hatte jedoch keine aktive Rolle im Whole Kick Island Arc. Als nächstes folgen die Drillinge Charlotte Nustort, Charlotte Baskard und Charlotte Dosmarch. Nustort ist der Minister des Transports auf Whole Kick Island und er wurde von der Germa während des Arcs besiegt. Er ist außerdem nach der deutschen Nustorte benannt. Baskard und Dosmarch hatten nur eine untergeordnete Rolle im Arc, so wie viele andere Kinder von Big Mom auch. Der 15. Sohn der Familie ist Charlotte Nusette und er ist der Minister der Finanzen in Totoland und der Bürgermeister von Safe Island. Mehr ist über diesen Charakter aktuell noch nicht bekannt. Die nächsten Drillinge haben wieder nicht das gleiche Geschlecht. Dabei handelt es sich um Charlotte Moscato, Charlotte Mesh und Charlotte Corstage. Auch hier war wieder nur Moscato aktiv in der Handlung beteiligt. Er ist der Minister des Gelato in Totoland und er ist außerdem der Bürgermeister von Ice Island. Interessanterweise hatten viele vermutet, dass Big Mom ihn zu Beginn des Arcs getötet hat. Später hat sich jedoch herausgestellt, dass er noch am Leben ist. Die nächsten Zwillinge sind Charlotte Combo und Charlotte Laurin. Beide hatten keine aktiven Rollen im Arc. Combo ist jedoch der Minister des Kuchen in Totoland und der Bürgermeister von Pie Pie Island. Der 19. Sohn der Familie ist Charlotte Mondeur und er ist der Minister des Käse und der Bürgermeister von Cheese Island. Mondeur hat die Buku-Buku-Nomi verzehrt und mit dieser Teufelsrucht kann er Bücher kontrollieren und die geschriebenen Wörter lebendig werden lassen. Mondeur scheint einer der intelligenteren Kinder von Big Mom zu sein und er hatte während des Whole Cake Island Arcs eine aktive Rolle, als es darum ging, die Strohhutbande zu verfolgen. Mondeur hat außerdem ein Kopfgeld von 120 Millionen Berry. Die nächsten Zwillinge sind Charlotte Mozart und Manier und beide sind 37 Jahre alt und Manier ist die Ministerin der Hefe und die Bürgermeisterin von Kibo Island. Danach folgen die Söhne Nummer 20 und 21 Charlotte Haifat und Tablet. Beide sind 36 Jahre alt und Tablet ist außerdem der Minister des Toppings und der Bürgermeister von Toppings Island. Die nächsten Drillinge hatten dann doch wieder eine wichtigere Rolle im Arc. Dabei handelt es sich um Charlotte Smoothie, Citron und Cinnamon. Smoothie ist eine von drei Sweet-Kommandantinnen, sie hat ein Kopfgeld in Höhe von 932 Millionen Berry und sie hat die Shibu Shibu no Mi verzehrt. Mit dieser Teufelsrucht kann sie anderen Menschen die Flüssigkeiten entziehen. Smoothie ist außerdem die Ministerin des Juice und die Bürgermeisterin von 100% Island. Außerdem gehören sie und ihre Schwestern zum Stamm der langweilen Menschen. Ihre Schwester Citron ist außerdem die Ministerin der Eier und die Bürgermeisterin von Yolk Island. Die drei Schwestern haben Nami und Co. auf See verfolgt, aber ihnen ist es nicht gelungen die Thousand Sunny einzuholen bzw. zu versenken. Als nächstes haben wir die Zwillinge Charlotte St. Mark und Bazance. Sie sind beide 34 Jahre alt und St. Mark ist der Minister der Essenzen und der Bürgermeister von Flavor Island. Das 40. Kind und damit auch die 17. Tochter der Familie ist Charlotte Mellissé. Sie ist bisher nur auf einem Paneele Manga aufgetaucht und sie trägt ein Geweih und ihre Spezies ist aktuell nicht bekannt. Eventuell erfahren wir im weiteren Verlauf der Handlung noch mehr über sie. Das 41. Kind der Familie ist Charlotte Daquas. Er ist der Minister der Marmelade und der Bürgermeister von Jam Island. Daquas trägt pinke Flügel. Aktuell ist noch nicht bekannt, ob diese von einer Teufelsfrucht stammen oder von seiner Rasse oder ob sie einfach nur Deko sind. Mal schauen, ob wir noch mehr über diesen Charakter erfahren werden. Die Kinder Nummer 42 und 43 sind die Zwillinge Charlotte Jalee und Pua. Jaleed ist die Ministerin des Butters und die Bürgermeisterin von Margarina Island. Sie hat die Bata Bata Nomi verzehrt und diese Teufelsfrucht erlaubt es ihr Butter zu produzieren. Damit hat sie Nami auf Whole Cake Island gefangen genommen. Ihre Schwester Pua hatte keine aktive Rolle im Ark und daher ist sie eigentlich kaum aufgefallen. Die Kinder Nummer 44 und 55 sind Charlotte Snack und Bava Reus. Snack war ein ehemaliger Suite-Kommandant mit einem Kopfgeld von 600 Millionen Berry. Nach seiner Niederlage gegen Urouge wurde ihm der Titel des Suite-Kommandanten entzogen. Snack ist außerdem der Minister der Pommes und der Bürgermeister von Potato Island. Bava Reus hingegen hat die Strohhutbande während der Flucht auf See verfolgt. Jedoch ohne Erfolg. Die Kinder 46 und 47 sind die Zwillinge Charlotte Prim und Praline. Beide gehören der Rasse der Meerjungfrauen an. Prim ist eine Oktopus-Meerjungfrau und Praline ist eine Hammerhai-Meerjungfrau. Praline ist die Ehefrau von Aladin und die ehemalige Ministerin des Designs und Bürgermeisterin von Unique Island. Sie ist außerdem aktuell ein Mitglied der Sonnenpiratenbande. Die Kinder 48, 49 und 50 sind Charlotte Kanten, Katu und Montbi. Viel ist über diese Drillingen nicht bekannt, aber wir wissen, dass Kanten der Minister von Aga und der Bürgermeister von Jelly Island ist. Katu hingegen ist der Minister von Samen und der Bürgermeister von Seed Island. Das 51. Kind der Charlotte-Familie ist Charlotte Chibust. Er ist der Minister des Mix und der Bürgermeister von Three Meals Island. Die Kinder 52 und 53 sind wieder etwas bekannter. Dabei handelt es sich um die Zwillinge Charlotte Chiffon und Charlotte Lola. Chiffon war die ehemalige Ministerin des Puffs und die Bürgermeisterin von Puffs Island. Lola hingegen ist die ehemalige Ministerin der Schokolade und die ehemalige Bürgermeisterin von Kakao Island. Das ist die Insel, auf der Ruffy aus dem Spiegel nach seinem Kampf mit Katakuri gekommen ist. In der aktuellsten Cover-Story im Manga haben sich Chiffon und Lola nach vielen Jahren nun endlich auf Dressrosa wiedergefunden. Die Kinder 54 bis 57 sind Vierlinge und dabei handelt es sich um Charlotte Mobile, Marble, Miyukuru und Maple. Sie alle sind Mitglieder des Langarmstamms und Mobile ist außerdem der Minister des Geschmacks und der Bürgermeister von Phil Island. Das Kind Nummer 58 ist Charlotte Brownie, er ist 24 Jahre alt und er war auf Kakao Island mit dabei, als Oven und Co. auf Ruffy gewartet haben, damit dieser aus der Spiegelwelt kommt. Das Kind Nummer 59 ist Charlotte Yaconda und sie ist auf einem großen Pferd unterwegs. Kind Nummer 60 ist Charlotte Raisin, optisch hat Raisin eine starke Ähnlichkeit mit dem Charakter Madara aus Naruto. Außerdem hatte Raisin einen Tritt von Sanji auf Kakao Island kassiert. Charlotte Panna ist das 61. Kind der Familie und auch sie war auf Kakao Island mit dabei, um Ruffy zu fangen. Die Kinder 62 und 63 sind Charlotte Mascarpone und Joscapone, beide sind Mitglieder vom Schlangenhalsstamm. Mascarpone ist außerdem der Minister des Bestecks und der Bürgermeister von Cutlery Island. Beide haben aus der Spiegelwelt Pfeile auf die Thousand Sunny geschossen, um das Schiff in Brand zu setzen. Das 64. Kind der Familie ist Charlotte Yuen. Er ist 19 Jahre alt, beherrscht einige Fähigkeiten der Formel 6 und hat Ruffy und Sanji mit seiner riesigen Keule auf Kakao Island attackiert. Die Kinder 65 bis 74 sind die Zehnlinge der Familie. Die Jungen heißen Newichi, Newji, Newsan, Newshi und Newgo. Die Mädchen heißen Natmek, Akimek, Almek, Harumek und Fuyumek. Charlotte Newshi hat außerdem eine Teufelsfrucht verzerrt und dabei handelt es sich um die Gocha Gochanumi. Diese Teufelsfrucht ermöglicht es ihm, sich mit seinen Geschwistern zu fusionieren, um so einen neuen Kämpfer zu erschaffen. Das 75. Kind der Familie ist Charlotte Nougat. Er war auf Kakao Island mit dabei, als alle auf Ruffy gewartet haben. Mehr wissen wir über den Charakter aber noch nicht. Das 76. Kind der Familie ist Charlotte Pudding. Sie war die Verlobte von Sanji und sie sollte im Whole Kick Island Arc Sanji heiraten. Sie hat die Memo Memo Numi verzerrt und mit dieser Teufelsfrucht kann sie die Erinnerungen ihrer Gegner manipulieren und verändern. Das 77. Kind der Familie ist Charlotte Flampe und sie ist die Ministerin des Honigs und die Bürgermeisterin von Rokumitsu Island. Sie ist die ehemalige Leiterin des Katakuri-Fanclubs und sie verfolgt das Ziel, die beste und beliebteste Schwester in der Familie zu sein. Sie hat sich außerdem stark in den Kampf von Ruffy und Katakuri eingemischt. Das hat schlussendlich dafür gesorgt, dass Katakuri seine Fassade des perfekten Sohns abgelegt hat und sich als Charakter weiterentwickeln konnte. Die Kinder 78 bis 85 sind Charlotte Anglais, Wafers, Weero, Dechet, Normandee, Dolce, Dragé und Anana. Weero gehört zum Stamm der Schlangenhalsmenschen, Dechet ist ein Fischmensch und Normandee ist eine Tontata. Fragt mich nicht, wie Big Mom es geschafft hat, sich mit einem Tontata zu paaren. Manche Fragen sollten eher unbeantwortet bleiben. Das sind die soweit bekannten und bestätigten Kinder von der Kaiserin Big Mom. Big Mom war insgesamt 43 von ihren 68 Lebensjahren schwanger. Insgesamt hatte sie 43 Schwangerschaften. 11 von diesen Schwangerschaften waren mit Zwillingen, 5 davon mit Drillingen, 2 davon mit Vierlingen, 1 davon mit Fünflingen und 1 davon sogar mit Zehnlingen. Wenn jemand also etwas von Kindergeburten in One Piece weiß, dann wohl Charlotte Lindin. Ihr Name Big Mom ist somit also nicht umsonst gewählt. Charlotte Anana ist 8 Jahre alt und war ihr letztes Kind. Somit hat Big Mom selbst mit 60 Jahren noch ein Kind zur Welt gebracht. Das war's dann mit dem Video rund um den vollständigen Familienstammbaum der Charlotte-Familie. Wenn dir das Video gefallen hat, dann smash doch bitte den Like-Button und schreib mir in die Kommentare, wer dein Lieblingscharakter aus der Familie von Big Mom ist. Deine Interaktion mit dem Video helfen dem Kanal enorm weiter, denn je mehr von euch mit dem Video interagieren, desto mehr pusht der ominöse YouTube-Algorithmus dieses Video. Abschließend möchte ich noch vielen Dank an unsere Patreons Dominik Braunseis, Beat Rentsch, Marco Thekart, Nils Otte und Fuselwind aussprechen. Vielen Dank für euren Support und falls auch ihr uns supporten möchtet, könnt ihr das gerne über die Seite patreon.com.romansdusk tun. Ab sofort bieten wir jedem von euch die ersten 10 Minuten der neuesten Off-Topic Talk Folge an. Dafür müsst ihr lediglich auf den kleinen i-Punkt klicken und ihr könnt die ersten 10 Minuten kostenlos hören. Für unsere Patreons bieten wir neben Off-Topic Talk noch ein monatliches Update-Video an, in dem ich euch die Content-Strategie, die Social Media Analytics sowie die Einnahmen von Romansdusk präsentiere. Wenn ihr ein Teil der Patreon-Family werden möchtet, dann besucht einfach die Seite patreon.com.romansdusk. Das Ganze beginnt schon ab einem Dollar, also weniger als einem Euro. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Video. Take care, ciao.